meine Freunde, meine Freunde, Bösemann ist sauer auf Flairmann, weil er einfach irgendeine Scheiße labert und auch Bösemann, weil er sich gar nicht mit Kämpfen auskennt, weil die zwischen ihnen und Synanji Bösemann sollten ja kämpfen, macht Flair, weil er auf der Seite von Synanji will gegen Bösemann, ach Flair, du brauchst keine Angst haben vor dem Rewifilerleiter und dein Bösemann, anstatt zu sauer zu gucken und auf Böse zu machen, kümmere dich mal um dein Rewifilerleiter, bitte auf, mache die Sachen nach, keine Ahnung, sag dein Personal, es soll sich mehr anstrengen oder so, dann mache ich doch keine Wille, du bist der krasse Boxer, du bist 50 oder so, oder 60, eigentlich gehörst du ins deutsche Altenheim oder halt um deine Rewifilerleiter, du hast doch eh noch 10 Jahre oder 15 Jahre zu arbeiten, also arbeite doch die Jahre ab und fertig und mache hier nicht auf Fighter, du bist nicht Mohamed Ali, alter, du überträgst deine Lage doch nicht, okay meine Freunde, so was ich will für einen Böse, auf jeden Fall, nicht vergessen, meine Freunde, bis zum nächsten Mal meine Freunde,